Eine wunderschöne gute Nacht. Ja. Ich möchte nur mal ganz kurz rumspinnen hier. Und die Qualität testen von wunderbaren Gamecube-Spielen. Ja, hier wird Spider-Man 2 am Stissel. Nee. Das war ja vor Spider-Man Playstation 4 noch das beste Spider-Man-Spiel überhaupt. Ja, mal guckt euch mal die geile Schwungphysik an hier. Nee, ohne Witz, tatsächlich galt das noch als bestes Spider-Man-Game. Bis die PS4-Version rauskommt. Ja, auf die habe ich auch Bock. Upsi. Ich capture jetzt die Gamecube ja mit dem Upscaler. Da muss ich mal ein bisschen gucken. Ich habe auf meinem Bildschirm leider einen klitzekleinen Grünstich, aber ich glaube ihr nicht. Da muss ich jetzt einfach mal gucken. Das ist einfach mal ganz kurz hier. Mal ganz kurz rumgesponnen hier, mitten in der Nacht. Das ist ja witzig hier, ne? Guckt mal doch einfach mal. Achso, wir haben eigentlich, haben wir jetzt eine Story-Sequenz. Da war ich ja eigentlich gerade. Boah, schaut euch das an. Wie geil ist das denn? Ich bin live. Ah ja, dankeschön. Stream-Element. Wow. Oh mein Gott. So, lass mal kurz hier was umziehen. What the fuck? Was? Oh. Mary Jane. Ach, wie geil. Original-Stimm, ne? Was? Ich trete gleich jemanden. So heiß ich. Mhm. Oh, ein Überfall. Nee, ihr habt glaube ich echt keinen grünen Stich, aber ich, naja. Tschüss. Tja, es ist nicht einfach ein Spider-Man zu sein. Da sind wir auch schon wieder. Ja, das bist du. So, lass mal da rüber gehen. Was ist hier los? Das geht aber gar nicht. Was ist hier los? Huch. Oh mein Gott. Kunstdiebe. Ein Bildrammler. Die sieht man auch nicht alle Tage. So, was ist hier los jetzt? Kommt mal her. Ja, gut. Ups, Entschuldigung. Ja, geil. Geil, eingesponnen hier. Hey, den wollte ich jetzt eigentlich in der Luft. Ja, genau so. Ja, genau so. Wunderbar. Oh, geile Moves. Ja, Mann. So muss das. So muss das. So, was ist hier hinten noch? Komm mal zu mir. Warte, wie kann ich den zu mir schicken nochmal? Egal. Einfach drauf hier. Was machst du für Karate-Gampel? Oh, geil. Kann man auch einmal rumdrehen hier. Jawohl. Jawohl. Das macht schon Spaß. Huch. Upsi. Ja, Spider-Man ist hier und verprügelt ihr den Arsch. Geil, oder? Huch. Was geht denn hier ab? Komm her. Huch. Smidey, wohin nüpfst du denn? Die Mitternachtsausstellung ist nächstes Wochenende. Ja, aber echt, hey. Ungeschafft. Geil. Aua. Ja, mir auch. Wer? Wer bist du denn? Oh, Hallöchen. Wer bist du denn? Beeindruckend für einen Typen in Strunkrosen. Sind das deine? Ach, bitte. Wer ist die denn? Warte. Wie geil ist denn die Synchro? Spiele, schon geil. What the fu- Geh mal hier ab. Jetzt muss ich die auch mal verfolgen. Was ist denn bei dir falsch? Hä? Was? Welche Plattform? Äh, ja, Gamecube. Warum? Hä? Warum muss ich der jetzt hinterher? Was ist das? Hey, langsam. Ich will mit dir reden. Ja, aber echt, hey. Ja, ja, langsam, ne? Hä, hallo? Zuckerböhnchen. Bleibst du mal bei mir? Hallo? Was machst du denn da? Was macht ihr denn? Warum? Jetzt bleibt doch mal da, Mensch. Wieso verzogst du keinen Rettungswagen oder macht mir Sonnensumma? Würde ich schon, aber das ist Schadensersatz, Mans Betier. Und er wäre ziemlich angegriffen. So, hab ich dich jetzt? So, hab ich dich jetzt? Ne, ne? Wohin geht? Muss ich irgendwas tun? Sehr interessant. Ah, ja. Ja, ich denke, dass es ziemlich geil ist. Aber auch Spider-Man 2 ist ziemlich geil. Also, ich kann sie nicht einspinnen. Muss ich sie nur verfolgen, oder? Und guten Abend, Grudon, übrigens. Freut mich mega, dass du da bist, ey. Wie weit geht es denn? Oh Gott. Ich bin doch nur die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? So. Da vorne. So, genug gespielt. Was ist jetzt mit dir? Wie ist denn die Quali, Grudon? Wie sieht denn das Spiel aus? Kann man das so lassen? Sieht das gut aus. Weil das ist ja jetzt mit dem Upscaler. Alter, Spidey. Wie geil sind denn die Sprüche, bitte? Aha, ja, gut. Wuhu! What the fuck? Okay, Kapitel 4, lol. Mitten im Sprung, du Gandalf. Ey, die Sprüche sind so geil, einfach. Das Spiel ist super. Geile Scheiße. Der erste Teil für GameCube ist... Oh, der ist gar nicht mal so gut, ey. Aber der zweite hier, der ist... Der ist Bombe. Oh, wie man hier auch rumschwingen kann. Das ist so geil. Einfach Open World. Ne? Voll geil. Hey! Es geht! Grudon schon wieder weg, wa? Ich glaube schon. Entweder schreit er noch, oder ist weg. Wollte noch gute Nacht sagen. Ich glaube, es ist zu spät. Zack. Auch wie er so von Gebäuden abspringt. Wow! Wo er sich so in den... So runterstürzt. Warte mal. Ich kann auch Wandsprünge irgendwie. Ja, genau so. Äh, Spidey-Dummheit im Kopf oder so. Ja, genau so. Perfekt. Man muss ein bisschen aufladen. Hui! Boah. Was war das denn? Ich mag auch so einen Gebäudesturz, wenn man so runterspringt. Vom Gebäude. Warte mal. So. Oh Gott. So doch nicht. Warte, ich zeige euch das nochmal. Hui! Wusch! Oh Gott. Warte, ich muss erstmal hoch auf ein Gebäude. Auf ein sehr hohes. Hallöchen, Helikopter. Und er spinnt auch wirklich hier die Netze nur an Gebäuden und nicht mitten in der Luft hier im ersten Teil. So mitten auf dem Nichts so. Oh, das ist so dynamisch. Das ist voll geil gemacht. Für 2002 glaube ich. Alter, die Aussicht. LOL. Oh, schaut euch Spideys dynamische Scheiße an hier. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die Aussicht ist mega. Voll geil. Ach man, jetzt macht er wieder nicht seinen Sturz. Bist du dumm? Aua. Ich glaube, da habe ich meinen Arsch entlang geschrammt. Boah, ist das gut gemacht, Leute. Ist das gut gemacht. Kaum zu fassen, dass erst richtig viele Jahrherspiele erst wieder so ein richtig guter Spidey-Teil kamen. Ne, Playstation 4 und so. Ich habe das Spiel leider immer noch nicht. Jetzt macht es einfach Spaß, einfach nur in der Gegend rumzuschwingen. Ja, geil. Freundliche Spiele aus der Nachbarschaft, Leute. Oh, jetzt kommt diese geile Filmmusik an den Start auch noch. Ja, geil. Besser geht es ja gar nicht. Ja, Spideys Sturz. Das macht so fun, einfach. Na. Schade. Boah, ist das gut gemacht. Huh. Er sucht einfach nur Fun. Geil. So, hier wollte ich hin. Ich weiß nicht, was es hier gibt. Aber hier wollte ich hin. Ach, guck, da kann man rein. Lol. Da kann man einfach rein. Was ist das denn? Hä? Lol, was denn? Umziehen? Hä? Ach, was? Meine Arbeitsstelle, wie geil. Mein Büro und so. Also, ne? Ach, das ist ja geil. Das ist so gut. Geiles Open-World-Gefriesel. Hey, wie geil ist das denn? Mega geil. Macht Spaß. Ja. So, kann ich irgendwie speichern? Oder? Ne, ne? Doch. Hallo? Menüwechsel? Danke. Speichern. Oh Gott. So unscharf alles. So. Gut. Geil. Das war's dann auch schon wieder. Ein bisschen rumgesponnen. Vielen Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal. Eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich. Und, ähm. Danke, tschüss. Euer Gecko. Danke, tschüss. Danke. Tschüss. Danke.